So, hallo Leute, heute zeige ich euch mal wieder nochmal diese E-Mail, wo ich von Google bekommen habe, da wegen der Reaktivierung, dass die jetzt mein Konto doch wieder reaktiviert haben, beziehungsweise wieder hergestellt haben. Ich zeige euch das jetzt mal, dass das eigentlich eine richtig geile Sache ist und ja, ich beweise euch das auch, dass die mir das wieder reaktiviert haben. So, jetzt ziehe ich natürlich mal wieder meine Cam weg, wegen meinen privaten Sachen. So Leute, hier haben wir jetzt diese E-Mail. Wir haben sie vor kurzem in einem E-Mail informiert, dass ihr aufgrund ungültiger Klick der Aktivitäten deaktiviert wurde. Nachdem wir AdSense-Konto nochmals ausführlich überprüft haben, haben wir uns entschlossen, diese Entscheidung zu revidieren und ihr Konto zu reaktivieren. Und das ist natürlich eine richtig geile Sache, wo ich jetzt bekommen habe. Und ja, jetzt kann ich wieder AdSense im vollen Umfang nutzen und das finde ich richtig geil. Und ich hoffe, dass es euch mal hier ein bisschen geholfen hat. Und ja, genau, schaut doch einfach mal auf meinem Kanal mal wieder rein. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat, beziehungsweise gefallen hat. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da wieder kommt oder was nicht. Und genau, so, jetzt bedanke ich mich bei euch. Euer Parkiel, also, jojo.